Hallo und herzlich willkommen beim GameTrader und einer weiteren Runde GTA Online Custom-Apps. Mit dabei habe ich wieder folgende Leute. Und zwar ist er Shufflers, der Playgestalt, dann Volt Action, LOL Master und Karo. Hallo. Grüß Diko. Hi. Grüß Diko Freik. Und dann? Was? Ach, ich kenn dich. Ich hab dich schon mal gesehen. Ja, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich hab dir auch... Jetzt aber auch so. Oh no. Achso. Äh, 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 äh. Hallo? Ich seh nicht wohin. Ja, okay. Okay. Hallo Wand. Das war doof. Hallo Wand. Ja, der schockt nicht mal ist. Hä, 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 hä! Nein! Boom, gegen die Wand. Okay. Boom, gegen die Wand. Okay. Nochmal. Boom, gegen die Wand. Nochmal? Nice. Hab ich, hab ich sicher. Da kommt jemand angeschissen. Das könnte ich gewesen sein. Wie? Habt ihr gehört? Er hat sich angeschissen. Ich schweiß dir gleich eine auf den Helm, ey. Auf den Helm. Autsch. Autsch. Ohne, ohne. Wartet auf mich! Oh, das könnte zu tief sein. Oder auch nicht. Wartet mal! Was soll denn da kommt? Okay. Das ist doch leicht, hab ich's gedacht. Ja, das ist doch leicht, hab ich's gedacht. Ja, man muss nur wissen wie, ne? Oh ne. Ja, ne. Jo, 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 jo und tschüss ich bin abgeschnutzt! Ja, eigentlich so. Jo, 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 tschüss ich bin abgeschüttzt! Hörst du, kannst du schießen mit denen? Ja, komm, f*** dich doch! Oh, hallo? Ja. Ich weiß. Ja. ja klar wie schießt man denn da mit dem Dreck ja und ich natürlich nicht den Punkt ey das geht mir wieder richtig am Piss wer fliegt denn da gegen die Wand und falsch? ich komm doch hey guck ich bin gestern jetzt einmal schießt mich der Flo ab ey und dann kann ich schon nicht mehr ey oooh na komm noch eine Runde mit lag ich kann nicht was sagen aber ich verkneif es mir he 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 wer hat denn hier den Maceback Tower hier hingebaut ooooh wo kommt der Maceback Tower her gehört ihm nicht so ooooh und na du ah da ja wirst du mich jetzt ok 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 wer ist denn grad erster? ich Tommy wahrscheinlich ok also ob Tommy erster sein kann du hast wer hä zünd doch den Fallschirm du die Bastarde ich hab gerade so einen richtigen Fehler gemacht ich hab gerade so einen richtigen Fehler gemacht du bist ein Fehler du bist ein Fehler hä wie 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 schafft man das Alter hör auf oh Gott Patrick 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 ernsthaft ähm glaub ich krieg's wunderbar ich schaff's nicht mehr ich glaub ich hab auch zu viel äh ha ha wobei ok 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 nein 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 Ich fick mein Leben da hat er's ausgemessen hat er riskiert und das Risiko hat sich bezahlt gemacht liebe Freunde heeey da ist Micky Maus schon wieder Mickey Mouse ist in der Haus. Wenn du es so meins ... Hу-hmm... La 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 la. La 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 la. Hchicho! Und dann, wenn mich noch immer dieitary auf meine Rakete dann bitte... rau-te mal ... Washt das, findest du das帅 kar, Tobi? Aber ich regnen's... So kennt'MAH IIN. Er ist eigentlich ganz unten Blau oder so Er hat, glaube ich, voll gegen die Bande fliegt Das ist eine gute Frog Wer hat es nicht geschafft, drüber zu fliegen? Tommi wahrscheinlich, der Lappen Und da flogen Oder Flo Oder beide Wow Alter Flo, das war knapp Alter, Föne Okay Flo, ich hab's Wo seid ihr eigentlich alle? Ja, keine Ahnung, ne? Ich spring hier von Punkt zu Punkt und Ich auch Ja, das kenn ich das Gefühl Gefällt dir das? Es ist so befreiend So luftig um die Füße Um die Eier Hey, hey, das hast du gesagt Ja, Eier, hey, und dann? Also, man muss schon sagen Die Map ist natürlich sehr, sehr einfallsreich Ja Aber schwer ist ja ne, ne? Schwer ist anders Wer ist das jetzt erster? Ich? Mit Abstand Alter vom Wegen Oh, ich seh das Ziel Na nice, gefällt dir das? Ja, gefällt mir sehr Alles klar Wo ist eigentlich Tommi? Das weiß ich nicht Das weiß keiner so genau Wenn du dich abschießt, dann Bist du tot in der nächsten Munde Wer bist du? Wer bist du? Ich glaube, ich hab die Reichweite So eine Reichweite hab ich nicht Wer ist denn grad Zweiter? Ich Du bist Zweiter? Ich bin Zweiter Alter Vater Volt, was wird dir passiert Nachdem ich dich netterweise hab Vorbeifliegen lassen? Ich hab dann zwar mal verkackt hinterher Und somit konnte er mich durch Das war wär aber zu geil gewesen Wenn ich dich mit Flo getroffen hatte Das war so wie ich ihn wollte Du hast mein Fallschirm entfernt Dann hast du mein Fallschirm dann Ey Wär ärgerlich, ne? Jawoll, da ist er da Flo Ich hasse dich Feuerwerk für alle, hey! Da fliegt er ins Ziel Flo macht sich schon wieder keine Freude Das war knapp Flo So, dann möchte ich doch mal dem Flo zugucken Oh, Entschuldigung Mikrofon Entschuldigung Mikrofon, Aska Da ist jetzt die Caro Da ist der Shufflers Tommy Denk 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 Ey, was soll das ding 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 Leute, ihr seid ja alle dicht beisammen Oh, das wird ein Foto finish Wow Ich hab Angst Bam, alle neun, ey Nice, Markus Danke, danke, danke Tommy, du musst schon treffen Er riskiert's, er riskiert's, schafft er's Wahrscheinlich nicht Respawn Wer muss respawn? Bin immer noch Dann Der Flo Wer ist denn der dritte? Oh, 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 das wird zu knapp Oh, das wird ein Kampf In der Luft Was? Oh lol, wo er hinschießt, ey Er schießt einfach die Stadt ab Er springt immer auf den Pfeilschirm Hahahaha 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 Unfassbar Ey So muss das sein Unfassbar Zwei mal auf den Fallschirm Zwei mal auf den Fallschirm Zwei mal auf den Fallschirm Oh, das gibt Oh, ich glaub Ab jetzt haben wir in den nächsten Folgen Krieg Ich hab böses Blusen, jetzt in Ensuite An gathered Er hat den ersten Stein geschmisten Oh, nohohohoOh Ausweichmanöver einleiten Ausweichmanöver Oh, da ist kein responsrag Nein Ja Mist Aber ich darf's noch ein Nein, Kargo Ist sie zu tief Wow, ich war ja noch nicht immer sehr weit weg Hast echt mal Schöhn meine lieben dann würde ich sagen was es wieder mit dieser wunderbaren folge lassen dann aber um ein leichter das würde uns total freuen ich habe auch mit einem anderen vorbei da habe ich unten verlinkt und auf meine social media plattform können wir auch weiter die findet ihr auch in der infobox wie immer und dann sehen wir uns das nächste mal hat daran bleibt plauschig euer game teddy ade